ja klar ist es hier ja wohl dann schauen wir mal alterkeit 1 effizienz 1 heute ist doch gut ja behutsamkeit ja sauber ja hab ich dann manchmal auch mal so eine eisige zack also also ja da so da so gucken was wir bekommen ich bin ja schon weg ja toll effizienz 3 und noch mal effizienz 2 so muster glück haltbarkeit und effizienz 3 ja sauber eigentlich wenn ich die zwei jetzt zusammen machen kommt effizienz 4 raus glück und haltbarkeit kosten 4 ja sauber und da noch was ich glaube ich bin wieder blind auf beiden augen warum war es denn hier ein glowstone dust ich glaube ich habe keinen glowstone dust ich habe bloß blöcke wenn du reinkommst rechte seite ganz hinten untere kiste müsste es sein ich mag das eigentlich gar nicht das rumhüpfen das macht dann immer das bild so unruhig ich weiß was ich aber cool finde hier diese neuen zwei blöcke mit den neuen sprungtränken ja das ist geil das ist richtig geil aber ich habe hier ich habe mir leider nirgends ein slime chunk oder sowas hast auch keinen sumpf nee also nicht in der wirklichen nähe ja sie so ok gut dann ab wieder zurück in den eter noch das tor aufgebaut und dann können wir mal gucken wo wir dann rauskommen jawohl weil ich glaube die leute wissen noch gar nicht wo wir dann rauskommen ja das hat mir auch gerade überlegt haben wir schon gesagt wo wir rauskommen ich glaube nicht kommen wir noch mal lange warten ja jetzt wieder lange laufen ja genau gute frage klingt schon müsste hier nehme ich mal mit ja ich nehme auch mal ein bisschen koppel mit ob das ja immer nicht schlecht nicht immer schlecht danke für also ja bitte gern geschehen aber hier noch ein blumenbeet angepflanzt so war so warte mal ich habe jetzt euch dabei auf wie war das aufgang schön die leiter was jetzt oder was ja kannst einfach nicht daran vorbeigehen ne geht nicht ich hab da so ein fetisch ja gut ich gehe mal schon mal vorher ja 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 mach was spannendes ich lauf den gang hin lang naja was oh hallo zombie pigmen ah so haben wir gespawnt aber nur zwei wieder noch ich möchte mich jetzt mit denen nicht anlegen wieso die wollen doch nur mit dir über gotti auch die welt sprechen ist nicht katholisch falsches thema schade ich bin konfirmiert und seitdem nicht mehr in der kirche gesehen worden ja muss ich auch nicht wirklich haben mein ab und zu gehe ich noch mit meiner mutter an weihnachten oder sowas in die kirche nein für sie bedeutet das schon was ja ansonsten ist halt die ältere generation ein bisschen ja hast du meine mutter eben alt genannt nein ich habe gerade gedacht vielleicht ist das nicht so ausdrücken sollen die betrifft kommen wir hier mal ein bisschen dicht soll ich euch mal den ganzen raubschirm machen oder auch hier wenn du willst kannst du auch mitgehen ja kann man ja mal machen du willst ja nicht ne ich merk schon du ich bin ehrlich ich bin teilweise mag ich echt gerne drecksarbeiten sag ich mal ich drücke es echt mal so aus ja kumpel von mir zum beispiel jetzt hier bei attack of the b team hat er eine große halle gebraucht wo er die seine dinos hinpacken kann hat zwei sekunden angefangen und da keinen bock mehr gehabt der geht vom server geht jetzt nicht mehr zu essen machen auf einmal ist er eine große halle auch nicht schlecht ja ok teilweise habe ich noch ein paar ärzte bekommen für die hier für die mondreise ja die dann schauerweise ein bisschen schief gegangen ist wie das denn ach das einfach so wieder das war typisch ich ok ich denke nur ok mondrakete ist befüllt ich habe alles dabei alle maschinen ok strom habe ich auch essen habe ich genug kann ich ja jetzt losfahren sauerstoff ist dabei rakete startet drei zwei eins warte mal habe ich eigentlich daran gedacht die luke aufzumachen bumm hast ein raketensilo gebaut oder was mhm hatte mir so quasi unterirdisch so ein kleines labor sag ich mal gebaut ja und dann hier mit diesem roberts kannst du ja oder ja die roberts ist von tinker meck genau meck works genau die da habe ich einfach so oben auf dem deckel noch so eine quasi so eine einschiebbare erdrücke gemacht ah cool nicht verkehrt mhm ja genau die hätte ich vergessen aufzumachen ja sauber gab ein schönes feierwerk glaub ich potty hast du ja schon einen dreiergang gemacht ja klar hat schon ein bisschen angefangen mhm dann ging die spitze kackt kaputt na sowas weiß auch nicht was die sich erlaubt hui oh da oben ist bedrock mhm auch nicht schlecht so jetzt warte mal hier kommen wir raus da kommt oben rein ok dann machen wir das 1 2 3 ich erscheine auch bald ok da einen hin da einen hin 1 2 1 2 3 3 so 1 2 3 passt doch so und jetzt an bam was heißt denn bald äh bin bei 900 angekommen ah gut dann kann ich noch ein bisschen warten dann gehen wir nämlich hier zusammen durch jo 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 so währenddessen kann ich mir hier mal den Seenstone reinziegeln machen naja so bin grad auf die Ecke gekommen da noch hallo seh dich hallo ich komme so genau wollte ich es nicht wissen ja hallo 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 nicht schlecht soll jetzt aber falsch raus wenn mich jetzt nicht alles täuscht müssen wir zwei ähm biomen rauskommen ähm ja mhm ich komme gar nicht raus ach auch ouch äh jo dunkel und mesa geil geil es hat geklappt es hat geklappt nice ha saustark saustark so warte mal hier und hier boah hier guck dir das an also jetzt wenn ich so ein Video gesehen habe ja toll das wird es natürlich auch noch nacht naaa und hier eine schöne kleine insel ey das ist saustark kannst du hier eine Brücke rüber machen ja hier ist auch schon perfekt mhm sauber endlich mal dschungel gefunden ach da drüben ist noch lava ne wo quasi direkt da drüben wo ich hinschaue da leuchtet es da kann ich auch ein bisschen obsidian machen wenn ich einen Eimer dabei hätte hm so aber hier wegen dem mesa biome bin ich hergekommen also wollte ich eigentlich ursprünglich hierher ja das skelett auch hm ich sehe es schon das sind vier skelette eine spinne ach da ist noch eins drei na schaffe ich das ne nö ich schaffe das noch ach komm da gehen wir mal ein bisschen rüber machen Bambule jawoll raus aus unserem Reich oder deinem bitte raus aus deinem Reich ja genau ah guck mal hier hier gibt es noch roten Sand geil ja ja mhm cool mit mit